Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir, wie du ein Schaukelpferdchen-Ornament häkeln kannst. Du kannst daraus aber bestimmt auch ein Einhorn machen oder einen Esel vielleicht sogar. Und ja, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich selber einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Auch über einen Kommentar für den Algorithmus würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn du nicht weißt, was du schreiben solltest, kannst du auch einfach ein Emote schreiben. Und für das Einhorn brauchst du Wolle in 2,5 bis 3,5 mit einer Häkelnadel 2,5. Und du benutzt am besten einfach die Farben, die du am schönsten findest. Ich habe mich hier für Weiß und Gold entschieden und natürlich Rot. Und das Schwarz brauche ich für die Augen. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du beginnst mit dem Huf und der Farbe, die du dafür verwenden möchtest. Dann machst du einen Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 5 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probiere es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der runden Anfang ist. Und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Aber am Ende der Runde machst du einen Farbwechsel. Das zeige ich dir gleich. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Wenn du also bei der letzten Masche angekommen bist, stichst du ein, holst dir den Faden, hast die 2 Schlaufen auf der Nadel, nimmst dir die andere Farbe, die du verwenden möchtest, in meinem Fall weiß, hältst es hinten dran und ziehst es durch, als wäre es der Faden von davor. So funktionieren die Farbwechsel. Dann häkelst du 5 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 5 normale Runden. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Das Bein häkelst du jetzt noch einmal, schneidest den Faden am Ende aber nicht ab. Wenn du das zweite Bein gehäkelt hast, häkelst du 4 Luftmaschen, nimmst dir das erste Bein und stichst irgendwo ein und machst eine feste Masche. Auch in die restlichen Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Du hast dann 10 Maschen. Bei den Luftmaschen angekommen, häkelst du in deine Luftmasche. Das Maschenglied, was zu dir zeigt, in jede Luftmasche eine feste Masche, also insgesamt 4. Dann häkelst du um das nächste Bein jeweils in jede Masche eine feste Masche. Du überspringst also die, wo schon eine drin ist und du hast am Ende auch um dieses Bein insgesamt 10 Maschen. Und wieder bei den Luftmaschen angekommen, häkelst du jetzt in das andere Maschenglied, aber wieder das Maschenglied, was zu dir hin zeigt. In jede Luftmasche, in jede Luftmasche eine feste Masche, also wieder 4 feste Maschen insgesamt. Wenn du das alles hast, hast du insgesamt 28 Maschen. Solltest du weniger oder mehr haben, hast du vielleicht eine übersehen oder eine zu viel gehäkelt. Es sollten auf jeden Fall am Ende 28 Maschen sein. Dann nimmst du dir wieder einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der runden Anfang ist. Und du häkelst jetzt in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Machst dann eine Zunahme, also 2 feste Maschen in eine feste Masche, beziehungsweise verdoppelst sie halt. Dann häkelst du in die nächsten 13 Maschen jeweils eine feste Masche. Und häkelst wieder eine Zunahme. In die restlichen 9 Maschen häkelst du dann jeweils eine feste Masche. Du solltest am Ende dann 30 Maschen haben. Dann häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also 8 ganz normale Runden. Und dann kannst du das Ganze schon mal ausstopfen, damit du wirklich noch überall rankommst. Also du kannst auch eine Schere oder einen Stift zur Hilfe nehmen, um das dann richtig in die Beine reinzukriegen. Und dann häkelst du in die ersten 8 Maschen jeweils eine feste Masche. Du solltest dann in der Mitte vom Bein sein. Wenn du das nicht bist, dann häkel bis zur Mitte des Beins. Du siehst gleich warum. Wir nehmen jetzt nämlich, wir ketten jetzt 9 Maschen insgesamt ab. Das heißt, du stichst durch beide Seiten durch, holst den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Bei mir sind es 9 abgekettete Maschen und ich habe am Ende 10 Maschen übrig. Es ist nicht schlimm, wenn es bei dir mehr oder weniger sind. Die Hauptsache ist, dass am Ende 10 Maschen übrig bleiben. Da häkeln wir dann nämlich den Kopf. Und du kannst das Ganze jetzt auch nochmal ausstopfen und dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche um die 10 Maschen drumherum. Das wird der Hals. In dieser Runde häkelst du in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Verdoppelst die dritte Masche. Oder nimmst zu. Häkelst in die nächsten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Verdoppelst die nächste Masche. Und häkelst in die letzten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Du solltest jetzt 12 Maschen haben. Jetzt verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du machst 12 Mal hintereinander weg eine Zunahme. Also in jede Masche 2 feste Maschen. Und du solltest am Ende 24 Maschen haben. Dann verdoppelst du jede 4 Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die vierte 2 feste Maschen. Dann wieder in die nächsten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 30 Maschen haben. Dann verdoppelst du jede 5. Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die fünfte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 36 Maschen haben. Dann häkelst du 5 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also 5 normale Runden. Und dann fangen wir an, Maschen wieder abzunehmen. Und da du zuletzt jede 5. Masche verdoppelt hast, nehmen wir jetzt jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Und dann hast du hier das vordere und das hintere Maschenglied. Und du stichst jetzt aber nur in das vordere ein. Das heißt, du stichst jetzt in die 5. vorderes Maschenglied ein. In die 6. vorderes Maschenglied. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. So funktionieren die Abnahmen. Ich zeige es dir noch einmal. In die nächsten 4 Maschen häkelst du wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in die 5. vorderes Maschenglied ein. In die 6. vorderes Maschenglied. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Am Ende solltest du 30 Maschen haben. Dann nimmst du jede 4. und 5. Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 4. vorderes Maschenglied ein. In die 5. vorderes Maschenglied. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 24 Maschen haben. Solltest du Sicherheitsaugen verwenden wollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt sie anzubringen. Ich sticke die Augen später drauf. Und jetzt könntest du auch schon mal den Kopf ausstopfen. Dann nimmst du jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. In die 3. vorderes Maschenglied einstechen. In die 4. vorderes Maschenglied einstechen. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 18 Maschen haben. Dann nimmst du jede 2. und 3. Masche zusammen ab. Das heißt natürlich in die erste eine feste Masche. In die 2. vorderes Maschenglied einstechen. In die 3. vorderes Maschenglied einstechen. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 12 Maschen haben. Jetzt nimmst du noch jede 1. und 2. Masche zusammen ab. Also in die 1. einstechen. In die 2. Faden holen, Faden holen, dich beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Und am Ende solltest du 6 Maschen haben. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Und dann nehmen wir das kleine Loch noch zu. Also dafür nimmst du dir eine Nadel. Und dann stichst du zwischen oder unter den Maschen durch. Gehst einmal drum herum in die nächste Masche. Drumherum. Nächste Masche. Drumherum. Und das machst du natürlich, bis du am Ende angekommen bist. Und wenn du das hast, kannst du den Faden festziehen. Dann stichst du nochmal durch die Mitte durch. Kommst irgendwo raus. Und dann kannst du den Faden einfach abschneiden. Und fertig ist schonmal Körper und Kopf. Dann zeige ich dir, wie du die Ohren häkelst. Und dafür schlägst du erstmal eine normale Schlaufe an. Und dann häkelst du drei Luftmaschen. Und dann häkeln wir vier Stäbchen in die erste Luftmasche. Das heißt, du machst einen Umschlag. Stichst einen in die erste Luftmasche. Holst du den Faden. Holst du den Faden. Ziehst ihn durch die ersten zwei Schlaufen. Faden holen durch die letzten zwei Schlaufen. Nochmal. Umschlag. Einstechen. Faden holen. Faden holen durch die ersten zwei. Faden holen die letzten zwei. Und das machst du halt insgesamt, bis du vier Stäbchen da reingehäkelt hast. Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Die Spitze vom Ohr ist natürlich da, wo der kürzere Faden dranhängt. Nur, dass du es weißt. Und wir nähen das dann später an. Da du jetzt weißt, wie die Abnahmen, Zunahmen und normalen Maschen funktionieren, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Hier haben wir die Mähne. Die wird nicht ausgestopft. Dann der Schweif. Den kannst du, wenn du möchtest, ein bisschen ausstopfen. Ist aber eigentlich auch nicht notwendig, aber wenn du möchtest. Dann das Maul, was natürlich ein bisschen ausgestopft wird. Dann der Sattel. Und die Schaukel. Die wird ausgestopft ein bisschen. Und wenn du möchtest, kannst du auch einen Pfeifenreiniger mit reinmachen. Dann kannst du das Ganze ein bisschen biegen und das sieht ein bisschen mehr nach Schaukel aus. Ansonsten kannst du, wenn du das ein bisschen fester ausstopfst, es trotzdem ein bisschen biegen. Nicht so stark wie mit Draht, aber ein bisschen. Dann zeige ich dir, wie du das Maul annähst. Und du nähst alle Sachen gleich an. Deswegen zeige ich das nur einmal. Und du kannst jetzt selbst entscheiden, soll das Pferdchen nach unten gucken oder geradeaus gucken. Und je nachdem, wo du halt das Maul hinpackst, so wird das Pferdchen dann auch gucken. Und du steckst dir das jetzt so fest, wie du es möchtest. Bei mir ist es ganz weit unten. Nur eine Runde darunter ist noch da. Und du steckst mir das dann da fest und dann nehme ich mir eine Nadel. Und dann stichst du vom Maul in den Kopf ein, ganz nah dran. Und ziehst den Faden fest. Dann gehst du am Maul in die nächste Masche, durch den Kopf und ziehst den Faden wieder fest. Dann gehst du wieder am Maul in die nächste Masche, durch den Kopf, Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du dann drumherum bist, dann kannst du den Faden einfach irgendwo durchstechen und abschneiden. Und dann gehst du wieder am Maul in die nächste Masche. Dann zeige ich dir, wo die restlichen Sachen angenäht werden. Und zwar machst du als erstes den Sattel. Und der kommt direkt einfach oben drauf, sodass auf beiden Seiten ungefähr gleichmäßig der Sattel zu sehen ist. Die Mähne kommt dann danach. Und die kannst du natürlich anbringen, wie du möchtest. Du kannst sie übrigens auch kürzer machen als ich, wenn dir das lieber ist. Du schaust einfach, was dir besser gefällt. Und die Mähne liegt bei mir vier Runden über dem Maul, sodass halt auch noch ein bisschen was auf dem Sattel liegt. Wie gesagt, das musst du nicht unbedingt machen, aber du kannst es so machen. Und dann steckst du dir das da einfach fest, holst dir einen neuen Faden und nähst es genauso fest wie vorher. Immer einmal durch die Mähne, durch den Kopf. Einmal durch die Mähne, einmal durch den Kopf. Dann das Schwänzchen, kommt natürlich ganz hinten dran. Und ich habe es nur zur Hälfte festgenäht. Also ab da, wo die kleine Kugel zu sehen ist, da habe ich es nicht mehr angenäht. Einfach damit es halt ein bisschen absteht. Und dann zeige ich dir, wie du die Augen dran steckst. Und du stehst mit einem Faden einfach irgendwo durch. Kommst daraus, wo das Auge beginnen soll. Und dann gehst du ein paar Maschen zur Seite. Bei mir sind es zwei. Und schaust, wo du das da haben möchtest. Dann stichst du da ein, kommst ein bisschen weiter unten raus. Also wirklich nicht weit nach unten, sondern nur leicht. Und dann holst du dir den Faden und stichst wieder da in, wo du gerade rausgekommen bist. Und dann kannst du direkt auch da wieder rauskommen, wo die Wimpern sein sollen. Du siehst, du hast hier schon die Rundung. Und dann kannst du dir da, wie gesagt, noch ein paar Wimpern machen. Musst du aber nicht machen. Wenn du keine Wimpern haben möchtest, könntest du direkt auf die andere Seite, um da das andere Auge zu machen. Aber ich mache hier noch zwei Wimpern. Und ich steche da wieder ein, wo ich gerade das Auge gemacht habe. So, dass wir da einen kleinen Strich haben. Und dann mache ich auch gleich die zweite Wimpern. Steche also wieder da ein, wo das Auge ist. Und dann kannst du entweder auf die andere Seite, um das Auge zu machen. Oder du stichst den Faden irgendwo durch und schneidest ihn dann ab. Ja, und das machst du jetzt auf der anderen Seite eben auch noch einmal. Dann können wir noch ein paar Details machen. Und ich wollte eigentlich erst Schnörkel versuchen zu sticken. Habe ich nicht hinbekommen. Deswegen habe ich mich für Sterne entschieden. Und ich gehe da einfach mit einer anderen Farbe nochmal irgendwo durch. Komme da raus, wo ich ein Sternchen haben möchte. Gehe ein paar Maschen runter. Dann schräg wieder hoch. Ziehe den Faden an. Und dann gehe ich auf die andere Seite und gehe dann nochmal schräg hoch und mache da ebenfalls nochmal einen Strich. Und ja, du kannst das natürlich machen, wie du möchtest. Es müssen auch keine Sterne sein. Du kannst auch Herzchen machen. Oder vielleicht kriegst du ja auch Schnörkel hin. Und ja, dann machst du da einfach ein paar Sterne oder ein paar Herzchen oder ein paar Schnörkel. Je nachdem, was dir am besten gefällt. Oder du machst auch, du könntest auch zum Beispiel kleine Punkte machen. Dann wäre es ein Schimmelpferd. Und ja, du machst das einfach, wie es dir am besten gefällt. Und dann brauchen wir nur noch die Öhrchen. Und die zeige ich dir ganz kurz. Das Annähen. Vielleicht, weil es ein bisschen anders aussieht als bei den anderen Sachen. Aber theoretisch gesehen ist es genau dasselbe. Und du steckst dir die Ohren direkt neben der Mähne an. Und dann stichst du eigentlich wieder nur vom Ohr in den Kopf ein. Und du machst es so, dass es ein bisschen zusammengeklappt ist. Also so ein bisschen. So dass es aussieht wie ein Öhrchen. Und dann stichst du den Faden wieder einfach in die nächste Masche. Durch den Kopf. Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis das Ohr fest ist. Und wenn es fest ist, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen. Und einfach abschneiden. Also du siehst hier hoffentlich, was ich meine mit ein bisschen zusammengeklappt. Und dann sieht es wirklich wie ein Öhrchen aus. So, und dann brauchen wir ja noch etwas, womit wir das an dem Baum hängen können. Ich wollte erst versuchen, das an den Sattel zu machen. Aber dann hängt das Pferdchen natürlich schräg, weil der Kopf ist schwerer als der Körper. Also steche ich in die Mähne ein mit derselben Farbe. Hol mir den Faden. Und dann häkle ich ein paar Luftmaschen, bis ich denke, das reicht, um es irgendwie dran zu hängen. Bei mir waren es 20 Luftmaschen. Du kannst aber natürlich auch mehr oder weniger häkeln. Und dann häkle ich ein paar Luftmaschen, bis ich denke, das reicht, um es irgendwie dran zu hängen. Und wenn ich denke, das reicht, dann steche ich da nochmal ein, wo ich gerade eben eingestochen habe. Hol mir den Faden und ziehe die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Dann vernähst du die Fäden noch und ich steche dafür einfach nur ein paar Mal da ein, wo ich die Schlaufe gemacht habe. Und am Ende steche ich den Faden wieder irgendwo durch und schneide ihn einfach ab. Und das machst du natürlich mit beiden Fäden. Und jetzt musst du eigentlich nur noch die Schaukel anbringen und du kannst jetzt selbst entscheiden, ob du sie annähen oder ankleben möchtest. Ich persönlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe es angeklebt mit Text-T-Kleber. Ich wollte das nicht annähen, da hatte ich keine Lust zu. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Und du kannst es aber auch annähen. Ich würde dafür den roten Faden benutzen, dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Aber das kannst auch du wieder selbst entscheiden. Und ja, ansonsten, wenn du das ankleben möchtest, benutze auf jeden Fall Bastelkleber, wo auch draufsteht, dass es für Textil geeignet ist. Ja, und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile es wieder auch sehr gern. Und hoffentlich hören wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.